Der Hühnerschrecker. Sehr nett. Hier, altbekannte Gesichter. Altbekanntiges Gesichter. Einmal lächeln. Sehr schön. Gut. Den Afrika hantiert nicht erkannt eben. Amtspeter. Ja, der Amtspeter. Den Amtspeter hier. Wen haben wir da vorne gesetzt? Der Widi. Der Widi, der wird sich nachher noch uns besaufen. Der ist immer noch besoffen, seht ihr ja. Der liest immer noch. Wie auf jeder Tour. Sein fünfter Roman heute. ...Meter Stau vor dem Gotthard Südportal in Airol. Weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der verzweigten Herkingen und Önsingen. Weiter auf der A2 in Richtung Luzern zwischen dem Melchentunnel und der verzweigten Herkingen. Und in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino auf der Zwischenkurse. Und das ist Gary. Er hat uns hierher geholt. Und was hast du von den toten Ärzten gehört? Nur Gutes. Nur Gutes. Richtig. Wird auch so bleiben. Das frühe Bier. Das frühe Bier. Auch hier was zum Feuer spucken heute. Da guckst du. Boah! Ach, ach 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 ach. Ach 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 ach. Hey! Ich hab's schon hoch! Was war er? Ich hab's hier auch noch! Hey! Das hat das Haendermaschen vergessen. Das Linke wurde an die Dach gezogen, aber... Hey! Zu Gauhen! Zu Gauhen! Zu Gauhen! Zu Gauhen! Zu Gauhen! Liebe Leute, es ist ein Jahr 2020 noch ein! Und ich soll jetzt tatsächlich glauben, dass ihr mit einem einzigen Song schon zufrieden seid, oder was? Dann habt ihr uns den Lärm und sie sagt Dankeschön! Training zuBox im Solar Dann habt ihr ein Jahr 2020 noch ein Jahr? Dann gehtselle noch ein Jahr 2020 Und er ist ein Jahr 2020 noch ein Jahr 2020 Jetzt haben wir natürlich ein Jahr 2020 noch Laughter Das ist ein Jahr 2018 Dieser Wind enden ist für uns Auf Wiedersehen. Ich kann euch gleich zeigen, er möchte uns eins von unseren T-Shirts geben, das finde ich doch in Ordnung, sehr schön.